Höret, höret! Ihr mich anwiederndes, dekodentes, fettleibiges und von Löwenmolk verpickeltes römisches Dreckspack! Heute erwartet sie in der Männerbusen-Arena des öligen Brutus Gapios ein schmierig-fleischiges... Stopp! Oh Gott! Das kann sich ja niemand ansehen! Sieh da, die fette graue Hexe mit dem Stück alte Pizza mit Locken, das wohl so etwas wie ein Gesicht darstellen soll? Puh! Haben sie denn gar keinen Charme gefühlt, so auf die Straßen zu gehen? Aber keine Sorge, ich habe da etwas! Dr. Maximus Mundus Spuckus Molassus, ein renommierter Cremissimologe, der bekannt ist für seine einzigartige Technik mit seiner hauseigenen Erfindung des Steifstößels mit Cremespitzscharte. Ein mit Lorbeeren überhäufter Fachschlackermann, der eine wundersamig-sämig-sahnige, feuchte Fratzen-Feuchtcreme erschlackert hat. In den Hinterhöfen von Zisternen mauschelt man, dass eine mildwarme, frische Dosis ca. 7 Minuten benötigt und nur alle 90 Minuten zum Abholen bereitsteht. Seine geheimen Techniken und wunderlichen Zutaten werden wir nie erfahren, da er sich gerade in einer ärztlichen Behandlung befindet wegen seinem bösen Tennisarms. Also Ihnen, Sie alte römische Hexe, empfehle ich morgens und abends eine doppelte Dosis auf jede Wange. Das könnte ja der werte Herr Ehemann auftragen. So wie Ihre Fresse aussieht, schlägt er Sie eh zweimal täglich. Allen anderen hier wünsche ich ein freudiges Ergießen, bei was auch immer hier schon wieder in dieser Arena der Schande veranstaltet wird. War schwierig, ne? Das war schwierig, das war schwierig, ja. Oh, mach deinen Banner runter, mach deinen Banner noch runter. Heute war es nicht so leicht, so ich habe die Frau, welchen Banner hat die Frau denn? Ja, das ist glaube ich der hier dann, das ist immer so nach Reihenfolge, immer wieder selber. Ja, ja. So, ich muss messern. Ich muss messern. Ich muss auch messern. Dann du messerst. Messer doch. Kommen wir die Stärchen, kommen wir die Stärchen gemeinsam. Also ich will in Runde 7 Wunderwaffe. Runde 7 Wunderwaffe? Runde 7 Wunderwaffe, klar. Ja, gestern habe ich trainiert mit den Austauschkreisen und lieb. Austauschkreisen. Austausch. Ja, aber die müssen ja auch nicht blödeln und so. Ne, ja, die müssen ja nicht witzig sein. Die dürfen ja langweilig sein, hast ja recht, das habe ich ganz vergessen. Moment mal, was wurde hier gepatcht? Irgendwie hat sich alles verändert, du darfst nicht mehr in meine Lobby, das wurde schon mal gepatcht, ne? Das wurde schon mal gepatcht, ich darf nicht mehr in deine Lobby, ja. Weiter ist einfach nicht möglich. Ah, ist doch schön. Und man hat mehr Leben, das wurde auch noch gepatcht. Ja, ne? Ich brauche noch einen Zombie, einen, ich brauche noch, ich brauche noch, ich brauche ein wenig Löwenmolk an meiner Oberlippe. Hast du, bist du eigentlich jemand, der Löwenmjolk trinkt? Ich bin so ein Mjolker. Mjolker? So eine schön salzige Zimmertemperatur. Hä? 43er mit Mjolk, was trinke ich auch mal gerne? 8er Mjolk. Ja. Doppelmjolk gerahmt. Oi, oi, oi. Jetzt brauche ich erstmal hier meinen Preis, weißt du? Das ist erstmal das Schwierigste überhaupt. Und dann müssen wir zwei Runden lang, ja, Stars sein. Was? Was für eine Krankheit müssen wir sein? Ja, wir müssen zwei Runden lang Stars, nicht Stars. Stars. Die Aufklärung wurde schon erfüllt. Ja, ich musste mit der Granate. Ich musste mit der Granate ran. Ich hatte keine andere Wahl, die haben mich gezwungen mit dem Löwenspritz. Achso, die haben, auf meine Zombie-Wolke haben die dich gezwungen. Ja, die haben gesagt, geh da hin oder du bist raus. Und ich dann so, ja gut, dann habe ich ja wohl keine andere Wahl, ne? So, jetzt muss ich hier die Tür holen. Dazu zwingen sie mich auch noch, die Schweine, die die... Die dummen Säule! Kabum! Haben sie sich dazu gezwungen? Die haben mich gezwungen. Ja, dann kannst du ja hier mal mit mir den ersten Gong machen. Komm mal hier hoch. Ich habe aber noch keine Waffe. Hast du hier die gekauft oder was? Ja, ich habe mir hier eine Schnecke geholt. Schnecke ist mega gut. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, eine Schnecke geht immer. Immer eine kleine Schnecke. Hast du schon angerufen, den Prinz? Ja, klar. Ich habe gesagt, hey, was geht los? Alter, auf PC bin ich ja der üble Gott gewesen gestern. Da bin ich ja durch die Massen getanzt. Also, war ja schon unheimlich. War wirklich unheimlich. So, jetzt muss ich mit meiner Waffe hier noch ein bisschen... Jetzt muss ich hier noch ein paar Zombies töten. Sieben, acht, neun, zehn. Easy. Geschenk, Alter. Hallo, ich muss noch ein bisschen Messer. Was soll ich das immer? Ach so, immer noch Messer. Ich dachte, du hättest es schon. Wann habe ich denn gesagt? Ich habe das schon. Na gut, dann lasse ich dir jetzt alle Letzten. Alle gehören dir. Das ist alles deine. Einen brauche ich noch. So. Vollbrach. So, sehr gut. Und jetzt ist der Kessel da. Wir haben den Kessel. Ja. So, und jetzt müssen wir den nächsten Herausforderer holen. Direkt den nächsten holen. Ich hole mir erstmal meine Überraschung hier. Meine Überraschung von Hualio Cesar. Hualius. Hualius Cesar. Elmundus Spuckus. Elmundus Spuckinus. Der Baum der Göttin. Ich habe meinen Päcke Punch-Waffe schon und so. Dann können wir ja weiter machen. Ich beeile mich nur, damit ich den Skorpion so schnell wie möglich erspiele. Weißt du? Ein Walross mit einem Zylinder? Hä? Warum bin ich schon wieder auf Crack? Keine Ahnung. Was nimmst du immer? Guck mal hier. Zack. Der Nächste. Jetzt müssen wir in Keller. Lass mal die Zombies am Leben. Was ist deine Aufgabe dann? Äh, Ausrüstungsabschüsse, sechs Stück. Das sind Granaten. Das sind Granaten. Ja, ja. Kommst du runter in den Keller? Ja, ja. Wenn du willst, darfst du aufkaufen. Hier. So, jetzt müssen wir irgendwie in den zentralen Loris, ne? Vordringen. In den zentralen Loris vordringen? In den zentralen Loris dippen. Oh mein, er tut. Gönn, Mann. Wir haben dabei bestimmt an Krüger und Gladiatoren wieder. Oh, shit, ey. An Krüger und Gladiatoren? Krüger? Ach, Krüger. So, wohin jetzt? Jetzt müssen wir uns hier hochkaufen. Aber ich glaube, ich habe nicht genügend Geld. Ne. Hier sind noch zwei Zombies. Warte, den einen töten. Ich habe hier gerade einen. Lass dich aber trotzdem noch am Leben. Leicht nämlich. Achtung, ich habe es aufgekauft. Jetzt können wir hier direkt den nächsten Champ uns holen. Bist du ja ganz hier rüber? Ja, in die Wikinger-Ecke halt, ne? Ja, ja. Ins Viking-Schmuh. Schmuh? Schmuh, jo. Schmikings? Schmikings. Wer ist Ska? Bist du Ska? Ja, ne? Du bist Ska. Heiß ich Ska? Keine Ahnung, wie ich heiße. Ich bin Shaw. Shaw? Shaw. Jersey Shaw? Jersey Shaw. Guck mal hier. Zack, gegongt. Dann ist hier noch ein Teil vom Schild. Oh, fuck. Tiger. Echt? Ein Tiger? Wie jetzt kommt? Ja. Ein Tiger. So, das müssen wir hier drüben. Das Ding muss aufgekauft werden als nächstes. Wir können weitermachen. Darum müssen wir jetzt arbeiten. Das wird dann deins. Wo ist jetzt der letzte? Hat die auch am Tod irgendwas gepatcht? Bei mir ist es so laut plötzlich. Bei mir ist es so leise plötzlich eher. Was ist los mit dem Spiel? Lasswürdig, ja. Niemand kann es genau verstehen. Aber ich habe nur Schleck in der Hand. Drink trinken, ne? Der Drink da hinten, der ist richtig teuer, ne? Boah, 5000 Ocken. Und die haben ja auch die anderen Drinks das rausgenommen. Alles wurde verändert. Weil die Leute durch irgendwie die richtigen Einstellungen... Ja, also es hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie da den angepassten Modus gespielt haben. Sondern es gab dann irgendwie so die Möglichkeit, durch die richtigen Drinks, glaube ich, 500 Lehm oder sowas zu haben. Ram sagt ja, das geht ja jetzt gar nicht. Jetzt haben sie irgendwie alles verändert. Okay, mach Granaten-Kills. Wenn du die haben willst. Also sind die ganzen Videos wieder umsonst von den Leuten? Ja, im Prinzip schon. So, jetzt haben wir doppelte Punkte. Mal ein bisschen Geld, damit du das Ding aufkaufen kannst. Jo, du kannst es holen. Ja, ja. Lass was am Leben. Und dann hol direkt, schlag den Gong direkt. Den Gommi? Ja. Da haben wir nämlich schon Pack'a Punch. Runde 5 und wir haben Pack'a Punch. Das ist eigentlich, eigentlich ist es easy, Mann. Eigentlich ist es richtig easy. Ja, geht schon. Wo ist der denn, der Anwärter? Oh Gott! Das ist so ein Doppel-Anwärter-Ding. Guck mal, der ist schon tot, Alter. Du hast ja auch schon Pack'a Punch-Waffe. Und wir haben es. Warte mal, warte. Ich muss auf jeden Fall jetzt, warte, den hole ich mir mit der Granate hier. Ja, ich gehe schon mal runter. Ich gehe schon mal runter. Aber kommen wir da raus? Ja, ja, man kommt hier raus. Nee, hier ist es zu. Nee, einfach hier runter. Nein, wir müssen auch wieder in den Keller. Ja, wir müssen in den Keller einmal quer durch die Karte und auf der anderen Seite raus. Also ist es ja nicht klar, wir können jetzt hier raus. Ja, ich kaufe doch auf und schon sind wir unten. Oh, du hättest doch nur oben aufkaufen müssen. Wir brauchen die eh alle irgendwann. Ich bin doch schon unten im Keller. Ja, aber ich wollte doch nach oben raus aus dem Keller. Ach so, ach so. Ich dachte nur, ja, dann drehe halt die große Runde und ich mache schon mal ein Pack'a Punch fertig. Ich dachte, du willst so ein Pack'a Punch, so wie ich. So, zack. Nee, ich will erstmal eine vernünftige Waffe haben. Pack'a Punch läuft. Zahnrad. Kann ich mitnehmen, so. So, GKS ist doch schon mal was Geiles. Und jetzt noch die Kette. So. Ja. Ra. Weißte, ich komme hier nirgendwo mehr raus. Wo sind wir reingegangen, ey? Über den Cäsar-Tempel da. Warte, ich muss jetzt ganz kurz die Schale runterschießen. So, wir haben jetzt schon das Feuer. Über den müsst ihr auch gehen. Hier über Danu. Ja, ja, ich bin jetzt. Leckt hier rein zufällig der Schädel? Nee. So, jetzt brauchen wir den Schädel noch. Und dann haben wir es schon. Alter, wir kriegen das richtig gut hin gerade. Wir flitzen da durch. Aber man braucht drei Quests für die Pack'a Punch-Waffe oder was? Wieso drei Quests? Ach so, ja, ja. Man braucht drei. Für den Kessel. Aber ich hab's ja schon. So, der Schädel ist hier in Ägypten. In dem, wo du jetzt gerade drin bist. In Gay-Gypten. Guck mal, hier hab ich noch ein Teil vom Schild. Findet nur noch das Wikinger-Eckchen. Oder nee, das Wikinger haben wir. Dann Cäsar-Eckchen. Oh Gott, hier ist ja so schwer zu finden. Da ist es am schlimmsten. Hast du ihn schon? Nee. Ich glaub, ich hab ihn, ja. Hier, hab ihn schon. Okay, sehr gut. Weil hier ist es ab und zu nervig. Ja, das Licht ist hier ungünstig gewählt. Ja, ist echt hier ungünstig gewählt. So, und jetzt baue ich hier die Säurefalle. Bam, 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 bam. Wo sind die Zombies? So, nehmt die mal mit. Hol die mal ab hier, die Gang. Dass ich da wieder in Gang rein kann. Oh, er schleudert hier schon was. Bumm. Oh, geil. Willst du shoppen? Willst du shoppen? Dann gehen wir nämlich kurz erst shoppen. Ich hab nämlich noch nichts Gescheites. Ja, aber wo ist denn hier? Ich glaub, unten im Keller ist eine. Ich weiß aber nicht. Ich weiß auch nicht. Ist vielleicht oben eine? Hier ist eine. Ja, dann geh du an deine. Ich hab meine. Hier ist auch eine. Boah, ich hab ja nur die Schnecke. Aber die tausche ich dann. Boah, ich hätt gern mal diese kleine Voodoo-Puppe. Die hätt ich ja gerne. Joan hatte die gestern dauernd. Weil er selber jetzt so ne kleine Voodoo-Puppe ist. Oh, die haben mich geschlagen und sind abgefackelt. Ich hab ne Hades bekommen. Hades ist geil, ey. Ich hab ne GKS weggegeben für ne Sniper, weil ich dachte, okay, schnell ne andere Kiste, also andere Waffe. Okay, ich aktiviere jetzt die Falle, dann hab ich wieder kein Geld. Wieder GKS. So, jetzt schmilzt das hier. Dann sammle ich das Ding auf und dann müssen wir nur noch die Runden machen. Ich brauch also zwei Runden lang nen grünen Daumen. Wenn ich zwei Runden lang nen grünen Larry hab. Säure läuft noch. Plätschert halt ganz gut. Plätscher, Plätscher, Feder. Säure mag doch jeder. Hä? Ist da gar kein Schlüssel? Doch, ich hab ihn. Okay. Gut, ich dachte schon, das wär jetzt irgendwie durch, wenn der jetzt gar nicht... Okay, wir können den töten. So. Jetzt müssen wir überleben. Die Gunst. Können wir den Schild schon basteln? Ne, ne. Da fehlt uns noch ein Teil hier drüben bei Zeus. Die Klinge des Zeus fehlt uns. Ich finde das immer voll verwirrend, wenn die Amis, wenn die Zeus sagen... Zeus. Zeus, sag ich immer. Oder Zeus, ja. Je nachdem. Die sagen es immer so komisch. Genauso wie Day Z und Day Z. Ja, ja. Oh, geil. Munition, Mann. Maximale Munition. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier Superstars sind. Am PC ist es halt total leicht, weil wenn du Headshots machst, dann kriegst du halt hier richtig Fame-Bonus. Darauf steht die Menge. Die stehen halt mega auf Headshots. Ja, irgendwie bin ich hier halt nicht so gut im Aim. Das ist halt Controller. Der C ist es halt tausendmal einfacher für mich. Ja, für mich ist es genau umgekehrt. Schreiner. Schreiner. Schreiner, du dumme Sau. Schreiner. Was ist denn von Beruf? Schreiner. Schreiner. Ach so, was macht man da so? Schreinern. Schreiner. Alter, easy, aber gar... Keine Liebe. Keine Liebe. Man muss auch nicht zwangsläufig hierbleiben, ne? Man kann auch woanders hin, wenn man will. Und du darfst nicht von den Flammen berührt werden. Mit Twalem. Bin ich so alt? Ich dachte, ich bin doch knackig in der Hose. Muss noch ein Stab-Kills, muss ich noch machen, ey. Dann hau rein. Dann stab die Bande doch mal an. Und man darf halt nicht getroffen werden. Das ist auch ganz wichtig. Nicht getroffen werden. Alter. Die kommen auf einmal und ditschen dich da von rechts an. Bonus-Punkte. Ich vermisse diesen, diesen schwulen Sprecher. Bonus-Punkte. Der war immer super. Oder der Spongebob, der war auch richtig gut. Das ist ein Fazig. Er hat das immer so fies gesagt. Das ist ein Fazig. Ich hab immer noch keine Gunst. Jetzt scheitert's wieder an der Gunst. Scheitert's wieder an der Gunst. Runde 10, Gunst. Vielleicht liegt er schon hier irgendwo. Nee, 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 nee. Das sieht man relativ deutlich. Oh, jetzt gehen die Flammen los. Hast du diese Flammenscheiße? Ich hasse diese Flammenscheiße auch. Die dummen Flammen hier. Immer noch keine Gunst. Das Feuer tut den Wiesner nicht. Nein. Kokoloris. Kokoloris. Kokoloris, ey. Oh. Das ist gut. Den verlängere ich jetzt. Nein, kann ich ja nicht. Ach, ich hab die Fähigkeit ja gar nicht mehr. Was für eine Fähigkeit. Ja, hier. Wir hatten doch auch alle Bonus-Schlappereien. Aber die gibt's ja jetzt nicht mehr. Die sind ja jetzt rausgenommen worden. Ich bekomme keine Gunst. Ja, auch nicht. Ich geh mal woanders hin. Ungünstig irgendwie. Irgendwie die Arena wollen sie nicht. In der Arena haben sie sich irgendwie sattgesehen und sagen, oh nee, die stinkt. Ich muss noch Eye of the Tiger töten. Die Arena stinkt. Was kommt jetzt? Geben was Besonderes? Lager erledigt alle. Ach, das ist jetzt wieder so eine Seuchenrunde, ne? Nee, Tigerrunde ist es. Ach, das ist eine T-Tiger-Runde. Seuchen-Tiger. Ich hab keinen einzigen T-Ger hier unten. Sind bei dir T-Gers? Ich bin nur T-Ger hier. Feiert mich doch endlich mal Au So Immer noch keine Fans Krieg hier einfach keine Fans Ich bekomm einfach keine Gunst Sobald ich diesen Skorpionpenis aufhebe Ist die Gunst weg Davor Gunst ohne Ende Davor hat der Daumen Geglüht Er glüht bei dir denn der Daumen Bei mir ist er oben und sagt Ja du bist geil aber er glüht halt nicht Ne bei mir glüht er auch nicht Bei mir ist er oben Den muss man mal irgendwo reinstecken Dann glüht er auch Dabei habe ich jetzt hier Eine gepanschte Superwaffe Geld hat der Mann anscheinend Ja ich habe Geld ohne Ende Ich bade im Geldus Habe ja auch einen Axtmann Ach nein hier sind Flammen Das ist nicht gut Oh 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 Boah geil Ne Alter was ist denn los Das kann ich hier unten vergessen Wo liegst denn du Unten ganz unten Mach nichts mach nichts Du musst mich nicht holen Echt nicht Ne kümmere dich um deine Sachen Okay okay Jetzt habe ich natürlich All meine Gunst verloren All meine Gunst Ich hatte so viel Gunst In der Hose Ich bin auch noch ganz Günstig eigentlich Muss zweimal Gunst voll haben Super Gunst So Feuer geh mal aus Komm 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 schon Ist du jetzt tot oder nicht Hast du jetzt Gunst Nein Ich habe Skrupellos bekommen